moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch einen neuen pilot glitch im pack up an schraum und zwar geht ihr hier zu dieser treppe und stellt euch auf die dritte stufe was jetzt machen ist leute ihr klettert rechts über das geländer und dreht euch nach links so wie ich und wenn das dann geklappt hat versammeln sich die zombies so über euch so ich zeige euch das noch mal langsam leute geht auf die dritte stufe klettert nach rechts über dem geländer und dreht euch nach links so falls die zombies fleisch auf euch werfen sollten dann versucht das noch mal denn ihr seid dann nicht richtig drin so leute die hunde kann euch hier hinten aber keine angst die werden euch nicht so viel damage machen dass ihr stirbt ihr müsst nur vor dem megatrons aufpassen ich würde euch empfehlen nimmt am besten eine wunderwaffe mit ich habe jetzt einfach nur eine ungepanschte ak 74 und ein hammer weil ich wollte das video einfach kurz fassen ganz schnell aufnehmen und hochladen so aber wenn ihr den feuerring mit nehmt und die wunderwaffe kriegt ihr die megatrons eigentlich auch ganz schnell down das war es dann eigentlich auch mit dem glitsch falls euch das video gefallen hat lasst doch ein leichter schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gern ändern ansonsten bis zum nächsten video ja 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 Bis zum nächsten Mal.